Und zwar, ähm, mein Kanal wurde wie gesagt damals gesperrt, ich hatte dann einfach keinen Mut nochmal einen neuen aufzumachen und äh, der Jack, der hatte damals auch einen Kanal und hat gesagt, ohne dich macht's keinen Spaß und irgendwann ein paar Monate später, also jetzt, haben wir uns entschlossen einen eigenen Kanal zu machen. Ich habe jetzt auch mal den neuen Computer hier mit ultra geiler Grafik, also mit ultra geiler, äh, Grafik, äh, mit super Hardware, ne, GeForce GTX und ein Intel Core i7, was? Intel Core i7 und, ja, ja.